Hallo, ich dachte mir, meine Variante der Ansteuerung des Höhenruders bei der F4 von StarMax könnte dir weiterhelfen. Ich habe das Ganze mit zwei Servos gelöst, die jeweils einzeln eines der Ruder ansteuern. Ich verwende aber keine Tailorounds, sondern ganz normale Höhenruder mit zwei synchronisierten Servos. Ich habe dazu einfach ganz normale Servohörner montiert und damit die Ansteuerung des Höhenruders sehr gut gelöst. Sie haben inzwischen 50 Flüge in diesem Modell ohne großen Schwierigkeiten. Okay, just a short in English. This is just an idea how I fixed the elevator problem with the F4 from StarMax. I installed Ruderhorns for every Elevator and I connected them to two separate Servos. But I'm not using any Tailorounds or something just normal Elevator with two synchronised Servos. Yeah, that's it. I just want to give it a small input. Ich wollte dir nur bei diesem kleinen input geben. Maybe it helps you out. Vielleicht hilft dir das erweitern. And yeah, thanks for watching und danke fürs Zuschauen.